Also, ich muss jetzt los. Wir werden uns niemals wiedersehen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Aber irgendwo muss man noch anfangen, verstehst du? Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Kommt, Lüderwacht! Wenn du mir in der Sache anfängst, dann müsstest du sie auch zu Ende führen. Du brauchst ein bisschen Ausdauer, sonst zahlt sich das noch nie aus. Ausdauer, ausdauer! Ausdauer, ausdauer! Ausdauer, ausdauer!